Gut gemacht! Sanitäter! Ich verspreche dir, ich finde raus, was passiert ist. Du lässt dich von einem Mädchen aufhalten? Hört ihr von einem Mädchen? Von einem Mädchen? Wer in aller Welt sind sie überhaupt? Privatdetektivin, von ihrem Dad engagiert. Wozu brauchen wir da einen Schnüffler? Es geht um Millionen bei dieser Sache. Wenn der Täter was von Khoris Aneurysma gewusst hat, ist das Mordversuch. Ich sehe, wann ihre Karriere zu Ende war. Ich kann Ihnen helfen. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Und falls ich einen Insider brauche, wende ich mich an Sie. Was tun Sie hier? Ich glaube, wir sind im falschen Hotelzimmer. Ist das Matt Shade? Erkennen Sie wirklich nicht, wer das ist? Das ist Kim Kardashian. Saki, du hast gern mit ihr gearbeitet und bitte Sie um einen Job. Zusammen. Wir zwei. Ja, warum nicht? Aus ganz, ganz vielen Gründen, aber ich nenne Ihnen mal ein. Sie sind kein Privatdetektiv. Sie sind leichtfertig, impulsiv und was das Erschreckendste ist, Sie haben keinen Schimmer, was Sie alles noch nicht wissen. Es bedeutet mir ja so viel, dass Sie mir das persönlich sagen. Auf diesem Gelände ist jeder verdächtig. Geil, schön weiter, Mann! Was genau suchen wir hier überhaupt? Warum flüstern Sie denn? Schönen wir angebracht. Sind Sie bescheuert? Mein Wagen! Ist doch ein Leihwagen! Die meisten Kinder wären stolz, wenn Ihr Vater Privatdetektiv ist. Sie mich einfach als einen modern, heutigen Thomas Magnum. Als wen? Als wen? Ich sage das, ich sage das.